... So, Angriff. Ist immer noch die beste Verteidigung. Die Lager sind zum Glück noch nicht voll. So, die kriegen ja wenigstens auch schon ein bisschen was wieder. Sehr gut, nur noch die Bogenschützen da. Ach, da kommen ja auch noch ein paar Soldaten an. Hier haben wir doch noch ein paar. Ich dachte hier hätten keine mehr. Ja, verpisst euch hin auch. Kommt schon. Vertreibt die hier. Sehr gut. Schafft sie aus meinen Augen. Komm, schau. Sehr gut. So, wie sieht es hier aus? Wie viel Energie hat der? Äh. Äh. Man könnte rächen. Ach man, wegen dem Idioten da. Genau. Hier nimmt man die Türme hier. Komm schon. Ich wollte schon sagen, das ist der Schwertkämpfer. Ja. Den brauchen wir da auch für den Türmechen hier. Komm schon. Steine brauchen wir. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So. Haut ab hier. Alles mein Land. Steine gehören auch mir. Alles mein. So. Haben wir schon mal ein bisschen Platz geschaffen auf jeden Fall. Sehr gut. Und. Die Waffen stehen immer noch da. Wir brauchen auf jeden Fall die Leute. Kacke ey. Aber wenigstens ist das schon mal fertig hier dann die Holzfällerhütten. Wir brauchen ja noch vier Bretter. Na gut, das geht ja. Ah, so viel Holz. Aber die Esel bringen jetzt auch langsam mehr Eisen hoch hier. Cola haben sie ja noch hier. Eisen fehlt halt nur noch. Aber umso besser. 79 Eisen noch. Cola haben sie erst mal hier noch hoch geholt. Dann sollten sie erst mal die Soldaten sammeln und dann. Warum bauen die noch mehr Türme? Ich verstehe das nicht. Wozu? Sollen die doch erst mal Soldaten sammeln. Damit sie angreifen können. Aber nö. Ach, braucht man nicht. Wozu? Scheiß mal auf die Soldaten. Also. Über ein Land. Wie sieht es hier aus? Vier Kohle. Vier Kohle. Naja, die Träger fehlen halt alle. Aber jetzt kommen sie alle hier an. Getanzt. Jetzt bringen sie die ganze Kohle schon mal hin. Okay. Okay. Immerhin. Dann brauchen wir nur noch die Waffen und die Kasiane bringen. Und dann kustet er laufen. 126 haben wir immerhin. Wo kommt die ganze Kohle? Alle von den Köhlerwitten, ey. Alter Schwede haben die gesammelt? Ja. Schon geil. Also Kohle haben wir ja jetzt ein bisschen. Das ist gut. Aber hin. Das ist gut, dass wir auf jeden Fall so viel produzieren können, ey. Aber die Waffen fehlen halt noch. Und die Leute. Das ist gut. Was ist mit den Waffen eigentlich hier? Die sind ja auch noch da. Die sind ja auch noch da. Ja. Haben sie das schon wieder eingenommen hier? Das wäre doof. Die will ich haben. Sind meine. Ich habe die erobert. Also gib sie mir her. Sind die beiden voll? Ja, die sind beide voll mit Waffen. Okay. Umso besser. So. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Steinbruch. Am besten gleich zwei. Dann haben wir was zu tun hier. Ne, die Waffen sind noch in meinem Besitz. Okay. So, dann holt euch mal den Turm hier. Oder die Benentürme besser. Damit wir die Waffenschmiede hier auch abschminken können hier. Ich habe aber auch keine Waffen mehr. Schade. Aber Kohle und Eisenherz. Das reicht. So lange Kohle und Eisenherz dabei sind. Nehm ich es. Prost. Jawoll. Komm schon. Wir wollen hier die Waffen haben. Weg mit dem. Ja, voll. Weg mit dem. Eisen. Eisen. Kohle. Was will man mehr. Das produzieren die auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Das ist gut. Gut. So. Und dadurch dass wir ja. Noch ein paar. Na sag schon. Türme abreißen nebenbei. Kriegen wir noch mehr Steine und alles. Nehmt mal die Waffen mit Mensch. Wir haben so viele Waffen. Die nehmen natürlich erstmal die Nahrung mit hier und so. Das ist ja klar. Nehmt. Zehn Steine. Das ist nicht eigentlich jetzt alles fein, wenn ich das mache. Nehmt. Schade. Er hat drei Steine da rum zu liegen ernsthaft. Was macht ihr drei hier? Was macht ihr drei hier? Ja. 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 Je nachdem. Wie sieht es hier aus? Eisenbarren sind auf jeden Fall genug da. Es fehlt Kohle wieder. Gut. 32 Kohle hinschicken da. Jetzt haben wir ja ein bisschen was da. So ist ja nicht. Das sind ja keine Unmenschen. Da kommt noch nicht ein bisschen hin. Geht's genau nicht. Achso. Na. Na. Ja. Na. 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 war ja klar wird dann macht erst mal die türme bevor da die leute versuchen den tempel hier noch einzureißen wäre ja nicht schön das muss nicht sein auf jeden fall kohle gesammelt ohne ende das ist schon krass aber so muss es laufen ok die kriegen auch wieder kohle von der unterseite aus ich hoffe nur die kriegen jetzt keinen schwertkämpfer hier oder sowas vielleicht hier so einen Bogenschutz oder so das wäre mir egal ja die sehen auch sehr gesund aus wir müssen auf jeden fall was stoppen hier zwei kämpfer hier, hier ist auch noch einer die kasernen müssen wir auf jeden fall einreißen yippie kohle gefunden juhu so na dann ran hier an den turm wollen wir doch mal ein bisschen die kasernen da frei machen und ich als schwertkämpfer durchbräuchte ich hier oben so der hat kohle bekommen ok jetzt haben wir einen Bogenschutz und hier einen Sperrkämpfer und da einen Schwertkämpfer ok mal gucken jetzt mal gucken jetzt mal gucken jetzt alles klar die kasernen hat auch null an Sachen da also das war auch ein bisschen doof jetzt hier mit den paar Soldaten da anzugreifen aber egal sind die Waffen schon abgeholt worden wo sind die gewesen die waren auch hier unten irgendwo ne ach sind wir noch da naja wir haben auch keine Träger ist ja kein Wunder so der schwertkämpfer ist erstmal noch woanders ne der ist noch gar nicht dort aufgetaucht großes wohnhaus bauen die erstmal ja das glaube ich allerdings gut der geht da oben erstmal rein wunderbar dann können die ja hier noch die Materialien schnell hinschicken damit ich hier noch was machen kann wie viel haben wir denn noch 123 eigentlich müssten wir noch ein paar Soldaten hier mal machen doch Kohle 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 ich habe richtig viel Eisen schon von mir bekommen jetzt ja 42 brauchen sie noch beziehungsweise 41 jetzt noch oh die kriegen dann schön dazu dann so ich muss wenigstens die Beentürber fertig haben jetzt so bevor der Dötter fertig hat und noch mehr Kohle kriegt so Stich ... den Armana kriege ich ja natürlich erstmal nicht weil alles voll ist hier eh aber anstatt zu die Waffen noch mit runter nehmen nö wozu erstmal außerdem die Waffen hier sammeln genau ne pack sie mal alle dahin so wie sieht es hier aus gold technisch ist ganz gut ein lager haben wir noch frei der turm ist schon mal fertig wunderbar dann ist das hier schon mal geschützt so soll es auch sein hier am besten die seite auch noch mal schützen so wunderbar dann ist die seite schon mal geschützt jetzt muss das hier noch gebaut werden und der turm dann am ende auch schnell noch